Ja? Ups! Hallo Zuschauer, heute habe ich Fahrrad, Schwester und Hund eingepackt und wir wollen uns hier die abgegangene Sporenburg Wallenfels oder auch Waldenfels genannt angucken in der Nähe von Mengshausen. Dazu müssen wir jetzt erstmal hier so einen kleinen Trampelfahrt durchs Tal hochgehen und dann zur Burg hochklettern. Den Übergang möchte ich ja bitte im Video haben. Ja, ist klar. Also wir sind hier in der Nähe der Mengshäuser Kuppe, die ist praktisch hier auf Mengshausen, Kerstenhausen, Niederola. Die Mengshäuser Kuppe, ich habe mir das aufgeschrieben, weil ich es sonst vergessen hätte, hat 473 Höhenmeter und die Burg, also die ehemalige Burg liegt bei 255. Der ehemalige Burg. Da lacht's. Und da gehen wir jetzt rauf. Und man braucht auch gar nicht weit hier rein laufen, dann kommt hier schon der Aufstieg zur Burg. Ja, ob das wirklich der originale Aufgang war oder ob das ein nachträglicher Volksweg ist, kann man so genau nicht sagen. Auf jeden Fall, der Hund rennt schon voraus. Und da liegt auch schon ein Hindernis im Weg. Aber ich würde sagen, wir gehen auch so rum. Übrigens das Bächlein, was hier hinter uns fließt. Also dieses Tal heißt, je nachdem welche Karte man fragt, Wolbertsgraben, Walbertsgraben oder Walbertsgraben. Und das fließt in die Fulda unten rein. Die ist nämlich hier auch gleich im Tal. Und hier beginnt der Anstieg zur Burg. Hab ich schon gefilmt. Was soll ich filmen? Okay, wir filmen hier auf Wunsch das Tal. Aber es ist schon richtig. Es sieht ganz cool aus. Gerade wenn man hier diesen Trampelpfad hochsteigt. Im Sommer ist hier noch ein bisschen hübscher. Aber so langsam wird es ja wieder grün. Die Burg muss übrigens im 14. Jahrhundert hier gestanden haben. Auch nicht besonders lange. Erwähnt wurde sie einmal 1327. Und danach dann ein letztes Mal erwähnt 1455. Und da war sie wohl schon verfallen. Also hat sie nicht besonders lange bestanden. Aber trotzdem. Können wir mal hier rauf. Ist noch nicht da. Es geht jetzt hier noch um die Biegung. Dann sind wir auf Höhe von den Burgresten. Was man hier jetzt sehen kann. Ist der Halsraben. Der die Burganlage von dem höher liegenden Berg. Wengshäuser Kuppe. Abtrennte. Und wenn wir jetzt hier hoch gehen. Sind wir auf dem ehemaligen Burggelände. Man sieht leider keine Mauerreste mehr. Das wurde in den 80er Jahren mal ein Stück ausgegraben. Ist aber schon nicht mehr zu sehen. Und ungefähr über 30 mal 60 Meter auf diesem Plateau hier erstreckte sich dann die Anlage. Ob diese Steine noch davon übrig sind von der Anlage ist nicht bekannt. Aber sie sind das einzige was diese Stelle hier ein bisschen verrät, dass hier mal irgendwas gewesen ist. Das ganze umgeben hat damals eine Ringmauer. Das ist auch das was man mal freigelegt hatte. Davon ist nichts mehr zu sehen. Aber es wurden 20 Meter davon noch gefunden in den 80er Jahren. Und ein Meter noch was war die dick. Also jetzt keine wirkliche. Also schon eine befestigte Anlage. Aber eben nicht so in der Art wie man sich das vorstellt von der mittelalterlichen Burg. Sondern doch eher eine befestigte Stellung hier oben. Vermutlich das ist nicht genau gesagt. Hier unten im Tal lief entsprechend ein Handelsweg damals lang. Und vermutlich waren diese Burgen. Es gibt mehrere davon hier. Da können wir auch vielleicht nochmal woanders gucken. Waren vermutlich dazu gedacht das Gebiet zu überwachen. Also den Handelsverkehr hier unten. Natürlich ist die Stelle hier nicht ganz unbekannt. Der ein oder andere hat sich hier verewigt. Ist auch gar nicht so lange her. Ja also auf diesem Gelände hier wurden dann auch Keramikscherben und Ziegelscherben gefunden. Weshalb man annimmt, dass aus Bruchsteinen und Ziegelsteinen diese ganze Anlage bestand und gemauert war. Viel mehr lässt sich leider nicht mehr herausfinden über diese Burg. Das schöne ist. Und so habe ich es auch herausgefunden. Jemand hat hier mal einen Geocache versteckt. Und somit die Stelle, naja, zumindest für die nächsten Jahre ein bisschen in Erinnerung gehalten. Und natürlich, ich habe dann mal in unsere Chronik geguckt. In die Daulaula Chronik. Da steht es auch drin. Und daher wird es vermutlich auch der Verstecker des Geocaches haben, nehme ich an. Ja, ich würde sagen, das war unser kleines kurzes Video. Wir gucken uns nochmal auf dem Gelände etwas um. Aber viel ist leider nicht mehr da. Ansonsten macht es schon mal gut. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Und, 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 und. Klappt es. Ich habe mich auch geküsst. Wipp, wipp, wipp. 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 Ja, ja, ja. Vielen Dank.